Mit Liebe zum Handwerk, Geduld und Zeit entsteht bei Red Rebane echte Beständigkeit. Jeder Stich ein Zeichen von Wert und Pflicht. Für Taschen, die bleiben, versprechen wir es nicht. Es ist die Leidenschaft, die uns hier treibt. Für Qualität, die ewig bleibt. Wir schaffen mit Herz, nicht nur für den Lohn, sondern auch für das, was bleibt. Denn das ist unsere Passione. Oder an Red Rebane. Punkt, wann hast du das letzte Mal echter Poesie gelauscht? Punkt, gern geschehen.